Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute hier auf der Map Fort. Hoffentlich werde ich jetzt nicht allein gelassen. Vorhin haben meine beiden Teammates wegen Lags gelieft. Ich habe die Runde fast gewonnen, dann aber doch verloren, was irgendwie traurig war, weil ich einen Stärketrank hatte. Aber jetzt gewinnen wir das Ganze einfach. So einfach ist das. Und was wir dafür tun sollten, ganz einfach. Wir bauen uns in die Mitte. Und hier haben erstmal alle sich eine Lederrüstung gemacht. Das ist ja eigentlich ein Anfang, weil das mache ich ja auch immer. Und das ist dann ein gutes Zeichen, würde ich sagen. So, die Blöcke reichen auf gar keinen Fall bis zur Mitte. Aber vielleicht ja ein bisschen. Sollte ja eigentlich mal ein Teammate nachkommen, dann ist das sicherlich machbar, in die Mitte zu kommen. Oh, das reicht vielleicht sogar. Das reicht. Wow. Hätte ich nicht erwartet. So, dann wollen wir mal schnell zu Rot laufen. Und hoffen, dass der Typ zu allererstes Bedürfnis hat, sich einen Bogen zu machen. Hat er nicht? Na dann. Ade. Nochmal eins. Und Nummer drei haben wir auch noch geholt. Und jetzt sind das blaue. Sind wir blau? Ne, sind wir nicht. Schlecht, wie ich einfach nur so langsam zurückweiche und hoffe, dass es ein Teammate ist und ja schon blicken wird, was ich mache. Hat ja sehr viel Sinn ergeben, von denen hierher zu kommen. Also extra bis da rüber zu laufen, zu zweit, um mich zu killen. Aber ich war sowieso so low. Deswegen tut mir das jetzt gar nicht so sehr weh. Ich brauche noch ein bisschen Essen und dann können wir wieder. So, da sind gelbe. Die blaue flüchtet nach Hause. Zwei gelbe folgen ihm. Bedeutet, bei gelb ist gerade nicht so die fette Party zu Hause. Bedeutet, wir schauen da mal schnell vorbei. Und hoffen, denen allen ein bisschen Aufmunterung geben zu können. Was? Was? Wow. Wow. Richtig knapp. Der Apfelsaft HD. Nein, komm schon. Ein Hit. Ich spüre die Partikel. Partikel, 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 Partikel. Ach, puh. Ähm. Was macht der da? So. Ähm. Wahnsinnig low war der wohl. Und dann haben wir da eigentlich nur noch einen Gegner. Aber das wird jetzt, denke ich, nichts. Hä? Was macht der? Habe ich ihn runtergeschlagen? Ja, habe ich, oder? Dann war es das mit dieser Runde Bad Wars. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Ciao. Ciao.